Herzlich willkommen bei der Eichenberger Gewinn AG. Mein Name ist Yvonne und ich mache das KV in der Branche Maschinen-Elektro-Metall-Industrie. Komm mit, ich zeige dir meinen Tagesablauf. So, jetzt sind wir in der Administration angekommen und ich habe mein erster Lehrjahr hier angefangen. Die Postverteilung ist eine Aufgabe des ersten Lehrjahres gewesen und weil die jetzige Lehrtochter heute nicht da ist, testen ich mich gerade selber, ob ich das noch kann. Für auf die Postrunde laufen wir die Produktion für einen anderen Teil zu kommen. Und hier sieht man, dass wir im technischen Teil näher kommen. Die Lehre in der Eichenberger Gewinn findet nicht nur in diesen zwei Abteilungen statt, sondern du kannst noch die Beschaffung, die Anwur, die Buchhaltung und das Marketing kennenlernen. Was auch noch cool ist, dass wir den Austausch mit den anderen Lernenden von der Festo-Gruppe haben. Hoi zusammen, ich bin der Schuel von der Festo und möchte euch kurz etwas über die Zusammenarbeit erzählen. Als Lernende bei der Festo hat man die Möglichkeit, unseren Hauptsitz in Deutschland anzuschauen. Mit einem Lernenden von der Eichenberger. Einmal im Jahr machen wir einen Lehrlingsausflug, wo alle Lernenden von den drei Firmen dabei sind und wo auch von uns Lernenden organisiert wird. Bist du motiviert und schaffst gerne in einem Team mit einem internationalen Austausch? Dann bewerbe dich bei uns und komm zu uns schnuppern. Wir freuen uns auf dich! Wir freuen uns auf dich!